Musik Hallo, ich bin Silke von der Juso-Hochschulgruppe. Wir sind der Studierendenverband der SPD, sind aber trotzdem losgelöst von der Partei, vertreten unsere eigene Meinung und begleiten die Meinung der Partei ebenfalls kritisch. Wir stehen an der Hochschule für soziale Gerechtigkeit. Das heißt für uns beispielsweise, dass wir uns dafür einsetzen, dass euer Essen in der Mensa bezahlbar bleibt, dass wir mit euch gemeinsam gegen studentische Wohnungsnot kämpfen und alle an der Hochschule gleichmäßig beteiligen wollen. Insbesondere gilt das für Gruppen, die im Studium sowieso schon benachteiligt sind. Das sind vor allen Dingen Studierende mit Kind, Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung und Studierende, die aus einer Familie kommen, die keinen akademischen Hintergrund haben. Besonders wichtig ist uns außerdem das allgemeinpolitische Mandat. Der AStA, die Studierendenvertretung, kann sich nicht losgelöst von der Gesellschaft als Elfenbeiturm an der Hochschule etablieren. Hochschulpolitik ist auch immer ein Teil von Gesellschaftspolitik. Deswegen müssen wir gemeinsam dafür streiten. Das sehen wir insbesondere an der aktuellen Integration von Geflüchteten an der Hochschule. Dies ist nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine Aufgabe aller Mitglieder dieser Hochschule. In Zeiten von PEGIDA und AfD ist es uns außerdem wichtig, gegen rechtes Gedankengut und Ideologien an der Hochschule vorzugehen. Auch in der Gesellschaft dürfen wir Nazis keinen Raum bieten. Unser konkretes Ziel für das nächste Jahr ist es, den AStA wiederzustellen. Gemeinsam mit anderen Gruppen stehen wir für einen linken und emanzipatorischen AStA. Das allgemeinpolitische Mandat ist hier hervorzuheben. Wir brauchen eine starke Außenvertretung, die uns in der Landes- und Bundespolitik vertritt. Wir haben uns aktiv in die Landespolitik eingemischt und konnten für euch den Impuls setzen, dass die Landesregierung mit der Hochschulgesetzesnovelle die Anwesenheitspflichten landesweit abschaffen wird. Das hilft vor allen Dingen auch wieder Studierenden, die zum Beispiel einem Nebenjob nachgehen müssen, weil sie sich sonst ein Studium nicht leisten können. Das ist für uns ein großer Schritt hin zu einem selbstbestimmten und kritischen Studium. Hier wollen wir weiter am Ball bleiben und die Studienbedingungen für euch verbessern. Ein kritisches Studium bedeutet für uns auch die gemeinsame Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden an der Hochschule. Dozierende und Studierende sollen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass so eine diskussionsfreudige Atmosphäre entsteht. Auch kulturelle Aspekte haben für uns einen großen Stellenwert. Die Juso-Hochschulgruppe hat damals im AStA das Kulturticket eingeführt. Wir haben die Verhandlungen mit den VeranstalterInnen geführt und auch das würden wir gerne wieder übernehmen. Wir würden das Kulturticket gerne ausweiten und weiterhin kulturelle Veranstaltungen als einen Teil des Studierendenlebens sehen. Deshalb unterstützen wir das Stilbruch als studentischen Veranstaltungskeller und wünschen uns, dass der nächste AStA den Veranstaltungskeller der Studierenden wieder unterstützt. Auch studentischer Wohnraum ist uns wichtig. Gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Rolf Georg Köhler sind wir hier in Verhandlungen. Sozialer Wohnraum in Göttingen ist rar. Dieser muss geschaffen werden. Er muss aber auch bezahlbar bleiben. Studierende und andere sozial benachteiligte Gruppen dürfen hier nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auch hier müssen Geflüchtete weiterhin im Blick behalten werden. Für uns stellt es eine der wichtigsten Säulen der aktuellen Hochschulpolitik dar, Geflüchtete an der Hochschule zu integrieren. Deswegen müssen wir gemeinsam Sprachkurse zur Verfügung stellen und ihnen gute Studienbedingungen ermöglichen. Vor allen Dingen im Bereich GasthörerInnenschaft für Geflüchtete ist noch einiges zu tun. Das wollen wir anpacken. Im Januar solltet ihr die Juso-Hochschulgruppe wählen, weil wir gezeigt haben, dass wir Einfluss nehmen. Wir nehmen Einfluss auf Landes- und auf Bundesebene. Die Landesregierung wird die allgemeine Anwesenheitspflicht abschaffen. Die Studiengebühren wurden abgeschafft. Das alles ist auf Initiative der Juso-Hochschulgruppe passiert. Wir wünschen uns einen Aster, der Stellung bezieht, der Meinungen vertritt und eure Stimme stärkt. Deswegen empfehle ich euch, nehmt auf jeden Fall euer Wahlrecht wahr, geht wählen und wählt am besten die Juso-Hochschulgruppe. Denn wir können beides, Service und Politik. Denn da, wo ADF und RCDS regieren, dort ist keine Politik.